In diesem Video möchten wir euch den Unterschied zwischen der automatischen und der manuellen Digitalisierung aufzeigen. Wir wollen zeigen, dass die von vielen favorisierten automatische Digitalisation in den meisten Fällen nicht zum perfekten Ergebnis führt. Gleichzeitig wollen wir erklären, wie man mit der manuellen Digitalisierung zum erwünschten Ergebnis kommt. Die in diesem Video verwendete Datei stellen wir euch kostenlos in einem Download bereit, so dass ihr jederzeit die Möglichkeit habt, das Video im Learning-to-Doing-Verfahren zu verfolgen. Den Link zur Datei haben wir euch in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Viel Spass! Wir müssen zuerst einmal das Bild hochladen, normal. Wir haben jetzt eines, das wirklich unbearbeitet ohne nichts ist. Dann haben wir einmal einfach über den schnellen Fotostick mit einem Klick. Wir haben relativ viele Farben, es nimmt auch den Hintergrund, weil wir das Bild von Hause nicht bearbeitet haben oder ausgeschnitten haben. Wir können es auch nicht rauslöschen, weil es zusammengeschlossen ist mit einem Teil des Innenbereichs des Hundes. Wir haben jetzt gesehen, wir nennen es das Weisse, dann hat er auch noch keine Augen und nichts mehr, dass alles in einem Gosse eigentlich gestickt wird. Wenn man es mit einer anderen Funktion versucht, also Fotosnap, das ist einfach eigentlich nur so ein Stricklinie, ist eigentlich nur, wenn man es dann wirklich so will. Kurze, automatische Digitalisation, sechs Farben, eigentlich sind es nur fünf. Auch hier, wenn man es einfach nur so weiterlaufen lässt, haben wir den ganzen Hintergrund dabei. Dann arbeitet es auch direkt das Bild ein bisschen bearbeitet. Sofortige Digitalisation nimmt es nicht einmal den ganz Hintergrund, wo es einfach keinen Unterschied herausfindet, wo hört es an und wo hört es auf. Das Salberstab, dann zerlegt das Programm in mehrere Flächen, in Einzelflächen, wo es so ein bisschen erkennt. Aber auch da haben wir dann wieder das gleiche Problem, dass Konturen aussen herum eigentlich nicht abgrenzend sind, weil wir ja das ganze Bild eingeladen haben. Da müsste man eigentlich wirklich dann auch zuerst den Hund quasi ausschneiden und nur den Auen laden, da könnte man noch zu einem relativ guten Ergebnis kommen. Wie wir jetzt hier sehen, wenn man das alles so nacheinander einfärbt, dann kommt schon irgendwie ein Hund raus. Aber wenn man da eine Reihenfolge benutzt, die keinen Sinn macht, haben wir nachher alles kreuz und quer. Und dann muss man es am Schluss wieder zusammenschieben. Und nach dem zusammenschieben müssen wir wieder zum Teil den Stich ändern. Also jetzt ist ja eigentlich alles immer mit einem grossen Sontestich, was überhaupt gar nicht Sinn macht. Sieht auch nicht schön aus. Es funktioniert, ja. Aber man muss nachher so viel nachbearbeiten, dass eigentlich der Zeitaufwand gleich gross ist, wie wenn man es von Hand digitalisiert. Man muss auch wirklich alles dann rausspitzeln, also je nach Grösse und so. Es ist auch nachher fast nicht stickbar. Also wenn wir jetzt nicht quasi noch einmal drüber hineingehen und jede einzelne Fläche mit der Stichdichte, Stichart, alles müsste anpassen und die Unterlagstich, dann kann man es so eigentlich gar nicht brauchen. Also das möchte kein Mensch irgendwo haben. Aber da löschen wir es halt einfach wieder zurück. Dann sehen wir noch einmal rechts, wie viele einzelne Positionen in Farben aufteilt hat, was wir eigentlich dann wieder zusammennehmen müssen. Wenn wir jetzt die Farbe selber selber, es sind ja nur fünf Farben, wenn man das jetzt zurücksetzt, aber wenn ich viele Details möchte, dann muss man gleich wieder mehr Farben oder weniger Farben, je nachdem, wie wir es dann halt einfach wirklich, es sind nur fünf. Aber machen wir mal gleich. Nicht mit dem Zauberstab, wir müssen das auch wieder im Ding machen. Nicht dort. Ich werde schnell zurück. Ganz anfangen, das Bild auch unbearbeitet bleibt. ist es noch nicht ganz nice so. In soartigen Digitalisationen oder in automatischen Digitalisationen können wir es auch noch mal probieren. Was wir meistens machen, auch in den Farben, müssen wir halt, wir können nicht mit drei Farben arbeiten, aber funktioniert nicht. Wir können sogar schieben von 195 Farben, was auch keinen Sinn macht. Und wenn man jetzt das lassen will, dann hat er einfach irgendwie so drei, vier Stunden, bis er das irgendwie herüberkommt hat und mir gesagt nichts. Also machen wir jetzt mal, einfach, dass wir es mal gesehen haben. 33 Farben. Wow. Und lassen das laufen lassen. Und das ist genau, jetzt braucht er einfach enorm viel Zeit, wo er dir irgendetwas zu weg rechnet, wo er wahrscheinlich am Schluss überhaupt nichts Schlaues gibt. Kann ja nicht. Ich meine, aus fünf Farben hat es. Wir machen jetzt 32. Sinnbefreit. Und darum braucht er auch so lange zum Rechnen. Also wenn man es dann schon automatisch will, dann muss man es wirklich vorher, seht ihr, nichts. Also was steckt es jetzt da schon? Ein bisschen Kontur. Das Einzige, was er immerhin geschafft hat, ganz rundum eine Kontur zu setzen. So gut wie. Aber wir haben nicht einmal ein Stückchen Brau. Weil es einfach viel zu viel Farben sind und das geht ihm dann überhaupt nicht auf. Das kann er nicht sticken, also zeigt er nur Blödsinn an. Und darum ein Bild, oder ein Foto, einfach so nehmen und eigentlich auf automatisch drücken, funktioniert einfach nicht. oder das kann nicht. Und wenn man es jetzt dann wirklich von Hand machen will, tut man es einfach umranden, also eine geschlossene Linie, um alle Flächen zu machen. und dann kann man das so digitalisieren. Einmal schon drüber fahren. Da haben wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann man natürlich alles, was braun ist, gerade aufs Mal machen. Er gibt aber eigentlich dann wieder so eine Plattidatei. Und wenn man so Einzelflächen macht, also das Ohr ist ja eigentlich hinter dem Kopf, wenn man so will, dann kommt man so ein bisschen mehr Form rüber. Auch wenn man mal eine Ecke ein bisschen falsch hat oder so, passt man ihn dann nachher halt noch noch einiges an. Absolut kein Thema. Man kann alles immer verändern. Das wäre jetzt, wenn man es jetzt automatisch gemacht hat, müsste man das nachher dann ja auch alles verändern. Also sind wir ja wieder gleich weit. Unterlagstich anpassen, wenn er nicht vorgespeichert ist. Das handhabt jeden auch ein bisschen anders. Die einen, die tun einfach von Anfang an einen programmieren und lassen es durchlaufen. Andere können es bei jedem Schritt separat. Das ist Gewohnheit die Sache. Manchmal braucht es dann auch keine Unterlage mehr. und darum muss man schauen, ob man sie automatisch schlägt oder ob man sie jedes Mal einfach gerade macht. Man vergisst dann die Schritte auch nicht und gibt einen Automatismus. Steh hart, mit dem bringt man auch ein bisschen mehr Leben rein. Das sieht natürlich auch nicht aus, also ein anderer. Aber da muss man auf die Rückkammer wieder so spielen, wie Falsheim und das ist dann wiederum eine Geschmackssache. und aus dem Ohr kommen wir jetzt zum eigentlichen Kopf. Wir haben schnell die Steckhase rausgenommen, dann sehen wir hier noch besser hinterher. Ich mache jetzt den Kopf separat, wo die Haare auf dem Kopf eigentlich schön sind, wenn die auch oben drauf sind. Also so ein bisschen büschelt. Und das Ohr auf dieser Seite läuft ja eigentlich in einem Guss. Also wenn man den Hund von Seiten ansieht, sind wir ja ein Ohr mit dem Kopf zusammen und das andere Ohr schon hinten dran. Und darum lasse ich jetzt das auch zusammen. Und auch wieder dasselbe. Anklicken, rund um die Fläche markieren, gerade und runde Punkte natürlich. Das ist bei jedem Programm individuell. Kann man das wählen. Wenn man jetzt eine Runde weitermacht oder gerade weitermacht, dementsprechend klickt man es dann an. Oder die, die halt lieber die Zeichnung mit dem Stift, die Fahrung halt alles den Linien an, geht natürlich auch. Dann wäre es dann einfach mit dem Handzeichnungsmodul dort zu nehmen und dann funktioniert es schon an. Die Fläche mal gemacht ist, die Fläche schnell markieren. Weil das Auge muss ja eigentlich nicht schon beleid sein. Das kann man gut wieder ausschneiden. Das kann man einfach ganz grob ausschneiden, aber wir brauchen sowieso eine gute Überlappung. Auch einfach alles anwählen, was man weghaben möchte. Und der Rest rechnet sie dann auch wieder selber. Also wir haben auch dort zum Teil immer wieder ein paar Möglichkeiten, sinnvolle, automatische Funktionen mitzunehmen. Nach dem Kopf machen wir die Frisur vom Hund. Auch hier haben wir wieder das Gleiche eigentlich. Es funktioniert eigentlich immer gleich. Dann müssen wir noch schnell die Stichwärter ändern. Das ist wirklich wie gesagt, meistens macht man es automatisch. Das ist einfach so ein Automatismus. Auch hier kann man wieder schauen, lässt man das Stichwinkel, wichtiges Thema wegen dem Zugausgleich, der immer, also ja nie, das ganze Bild alles in die gleiche Richtung sticken. Macht einen Verzug, wo schlussendlich nach Konturen auch nicht mehr drauf passen. Und meistens verzieht es das ganze auf dem Stoff. Dann kann man einspannen, wie man will. Es funktioniert dann gleich nicht, es tut immer ein bisschen verziehen. Es ist schliesslich eine Stickerei mit Faden, Nadel, und kein Druck. Der Druck bleibt wie er ist. Man könnte unten gleich schnell anwählen, direkt, Füllmengen, Füllung, weil es gleich hart als man will. Und dann muss man es nachher nicht mehr. Da habe ich jetzt auch einmal herumfahren. Ich gehe da ein bisschen weiter hier, ich sehe nachher den Weg herum, nach dem Effekt. Dann, das ist eigentlich immer das Gleiche. Abschliessen. Abschliessen. Dann das Beste in der Ansicht eigentlich anschauen. haben wir jetzt hier auch Winkel. Ich möchte, dass es wie einzelne Strähnen aussehen. Darum ziehe ich die ein bisschen hinein, das mag es gut verleiden. Und dann auch eigentlich wieder das Gleiche. Birgteigenschaften kann man noch ein bisschen anpassen. Spezial Satin haben wir drin. Dann möchte ich eigentlich noch einen Zickzack, dass es reicht. Für mich braucht es das nicht. Das Meiste rundherum ist schon gesteckt. Der Stoff kann dort eigentlich fast nie mehr hin. Dann reicht das eigentlich so weiter. weiter. Zum Walz. Da müssen wir auch den Steppstich. Das müssen wir nachher nicht ändern. Die beiden Halspartien zu machen. Erst die eine Seite, dann die andere Seite. Auch da wieder Stichwinkel. Im Stichwinkel auch immer darauf achten, dass es in Richtung ist, was nicht zu fest kann, verknubeln nicht zu schmale Seiten. Wenn wir zu viel Stich auf einer Linie haben, dann macht es Verdickungen. Oder wir lösen die Stichdichte. Aber dann sehen wir wieder schnell den unteren Stoff. Die rechte Seite auch eigentlich dasselche. Aber dann geht es weiter. Hinterläuf ist ja auch eigentlich wieder ein Hinterlauf. gehört nicht zum Buder Lauf. Dort haben wir noch ganzen Körper und darum mache ich immer separat. Für mich sieht das dann besser aus. Aber man kann auch hier eine grosse Fläche machen, Konturen einsetzen, fertig. Man ist schneller fertig, aber es sieht wieder platt aus. wenn man ein bisschen mehr damit spielt und ein bisschen mehr damit umgeht. Wir haben ja die Möglichkeiten, 30 verschiedene Stehkarten. Klar, Fälle gehen gut für Fälle. Andere sind halt mehr für anders, aber prinzipiell funktioniert es immer. Dann mache ich zuerst einmal den Brustbereich und der liegt ja eigentlich hinter dem Vorderlauf. Damit das einfach schlussendlich dann auch wieder so ein bisschen realistischer aussieht. Dann haben wir hier Vorderlauf rechts Pötchen auch wieder das Gleiche um Rande. Wir haben meistens die gleichen Schrittabläufe. Ist halt so aber unter dem Strich haben wir einmal gearbeitet und einmal ist alles fertig. Wenn wir automatisch wieder schauen, müsste man zuerst das Bild bearbeiten, damit es die Aufteilung hat, die man will. Dann reinladen, dann automatisch digitalisieren und dann wieder den ganzen Strich und alles hin noch bearbeiten. Da haben wir jetzt einfach einmal um Rande anwählen, was man will, Fällart, also Stichart wählen, nächste Teil um Rande und unter dem Strich würde ich sagen, zeitlich sind wir genau gleich schnell fertig. Nur dass so einfach in Einzelteilen viel spannender aussieht, wie ich einmal flächend gemasst. wenn wir schliesslich kein Clipart haben ja eigentlich eine schöne Steckdatei die möglichst in der Realität entsprechen kann man auch Kinderzeichnungen machen, die unrealistisch sind, aber auch da kann man noch ein bisschen mehr Leben reinbringen, warum auch nicht. Prinzip kann man alles digitalisieren, was es gibt. Stehen richtig ändern, damit wir die Fällrichtung auch haben, ja, und dann auch immer runter, nach, dann schauen, passt es zum Rest, wenn nicht, andere Flächen noch noch an gleichen, man kann immer rückwirkend auch immer wieder auf alle Flächen gehen und alles immer wieder irgendwie an schieben, anpassen, 6 Winkel, 6 Stichart, immer wie man will. Auch wenn man ganz fertig ist, quasi noch drüber schaut und dann sagt, ja, dann hätte man irgendwo gleich noch etwas machen, dann macht man das einfach noch, so ist kein Problem, oder halt drei Tage später schauen, es bleibt ja weisisch, Stichwinkel, Stichart, wenn die passt lassen, weiter, ruhten, gleiche um randen, ist vorn, Winkel, stichart suchen, schnell schauen, stimmt alles, ist so. Und dann sieht das schon ganz anders aus, als in einem automatischen Ding. Nächste Farbe angewählt, machen wir das Maul, das ist relativ schnell, eine Farbe, am besten eher im Saten. Aber wahrscheinlich so lassen wir es sein, zick zack ist vielleicht besser genau, so. Dann nehmen wir das Weiss, Maul hier wieder, einmal um den anderen. So gut, wie es geht, genau, schnell schauen, wo möchte ich es noch anpassen, wie möchte ich es gerne haben, wenn wir das Abteil entnehmen, den Stichwinkel suchen, nicht immer alles so schnell zu finden oder zu sehen, wenn es gut versteckt ist. Irgendwie nicht so das, was ich möchte. Dann ändern wir es. Es sieht jetzt für mich zu viel im Vordergrund aus. Finde ich, dann ist es vielleicht, oder doch nicht. Ja, einmal lieber in einem Stöppstich machen, genau. Man muss manchmal wirken lassen, schnell einen Moment anschauen und dann weitermachen. genau. Besser im normalen, da sieht man hinten rein. So gut, um das Bild zu kontrollieren, immer noch schnell zurück auf den Stich an sich gehen, damit man auch wirklich sieht, wie es gesteckt aussieht. So sehen wir ja eigentlich nicht sehr viel. Ja. Und da eigentlich dann immer gut hin und her wechseln. Also die Mischung sich geübt. Aber auch da ist es eigentlich gut, wenn man es noch schneller anschaut. Und nicht erst am Schluss und alles hinten noch arbeiten muss. Ich habe unten rechts die Tipps der Software mal noch eingeblendet gelassen, für diesen Moment. Oder das wollen Sie anschauen oder mitlesen. Dann weiter mit der Schnauze. Dann wieder genau dasselbe umranden. Schnellstehlinkel schauen, was geht am besten. Ich laufe zum schönsten ineinander ein. Wahrscheinlich brauchen wir den zweiten Teil, um es fixen. Ja. Ich schaue dann. Dann brauchen wir den zweiten Teil, um das zu definieren. Um zu schauen, ob es wirklich dann zusammenspielt. Einfach blöd aussieht. Wenn es blöd aussieht, muss man es so lange daran ändern. Und umwandeln und programmieren. Bis es stimmt. Jetzt sieht es auch doof aus. Also beginnen wir auf den anderen, bis es stimmt. Sicher mal den Winkel. Und irgendwie sollte der rechte Teil jetzt von der Schnauze wie im Hintergrund scheinen und nicht wie im Vordergrund. So optisch. Also müssen wir das auch ändern. Jetzt über die Winkel. Jetzt über die Winkel. Wir starten. Mal umranden. Mal umranden. Dann mal anschauen. Hier können wir natürlich jetzt verschiedene Winkel rein tun, damit wir so eine Art eine Halbkreise bekommen. damit, was dann auch unseren speziellen Effekt gibt. Dann fügen wir einfach Stichwinkel hinzufügen. Statt dass wir nur einen haben, haben wir den Mirri. Dann wollen wir noch etwas raus, dass der Belabung mindestens stimmt. Das ist ein wenig knapp, wenn man so anschaut. Während des Schaffens fallen einem irgendwann irgendwelche Sachen auf. Dann machen wir das einfach hinten nach, damit das dann auch wirklich schön übereinstimmt. Die Ausriffenden stehen beim Sticken noch an den Lücken, wenn die überlappig zu klein sind. Was dann natürlich sehr unschön wäre. Wenn man jetzt auf einen roten Stoff steckt, schaut dann dort in die Spur rot vorne und das wäre dann wirklich unpassend. Schwarz ist schon noch sein, aber wenn man auf eine Farbe steckt, haben wir dann natürlich einen ganz komischen Effekt. Da sieht es aus, als würde er auseinander fallen. Wenn man irgendwo so einen Punkt fällt, dann setzen wir ihn einfach ein. Dann kann man zusätzliche Punkte einsetzen. So. Und wenn man das so ein wenig zu weg geschoben hat. Schauen wir es nochmal schnell an. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann müssen wir wieder zur Digitalisierung selber zocken. Dann haben wir hier ja noch das Halsband vergessen. Dann machen wir das auch noch schnell. So. Dann machen wir noch nicht. Dann haben wir auch noch ein wenig schnell. Dann habe ich gerade gesehen. Ist egal. Passt schon. Dann haben wir nachgetragen. Dann können wir immer noch zweckschieben. Kein Problem. Dann machen wir den Brustbereich. Wieder dasselbe. Einmal am Rande. Wie man es könnte. rein. Enter. Und auch den Stichwinkel. Und ähm. Stichart wählen. Immer bedenken, dass wir dann den schwarzen ja auch noch mehr machen. Also muss es eigentlich je nachdem ja gar nicht zu viel sein. Auch da würde ich jetzt wieder mit Stichwinkel hinzufügen schaffen. Dass wir da einen schönen Brustbereich überkommen. Wenn wir da schnell anschauen. Dass man da einen schönen. Vielleicht so kleine. Wuschige. Brustbereiche bekommt. Dass es noch ein bisschen flummig ist. Und dann haben wir jetzt da. Wenn wir da reinschauen. Wie ein kleines Loch. Das Loch wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nicht gefüllt haben. Also Stichwinkel anpassen. Bis das gefüllt. Weil das jetzt eigentlich quasi. Von der. Art her. Dass es eben nicht zu viel Stich auf einen Punkt macht. Macht es irgendwo dann quasi wie ein kleines Loch. Kann man aber durchschieben. Und durch ausgleichen. Also das. Verfeinern wieder. Ausbessern. Und dann fühlt es das wieder schön. Ohne dass wir irgendwo Knubel haben. Beim Stecken. Füßchen. Und dann. So. Die Wiese. Sofali. Dann kann man natürlich auch wieder alles genau gleich. Dank recht. Dann. Wenn. Wenn man das jetzt. wirklich schon ein Zeitchen macht. Kann man da eigentlich ziemlich sich drauf verlassen. Wenn man seine Maschine kennt. Dass das auch funktioniert. Man weiss wie man so ein bisschen machen muss. Damit. Passt. Und hat dann auch gar nicht mehr so viel Verlust. Bei den Probestick. Dass man drei, vier muss machen. Wo man merkt. Da passt es nicht. Und da passt es nicht. Und da muss ich noch angleichen. Wenn man es einfach wirklich schon ein paar Mal gemacht hat. Macht man es einmal. Und es passt auch. Aber. Das braucht Zeit. Und Übung. Da haben wir nicht. Wir haben auch nicht auf die Welt gehabt gehabt. Man muss das wirklich lernen. Man muss sich die Zeit nehmen. Und man muss die Geduld haben. Und darum. Ist das mit dem Automatischen. Und von wegen. Ja. Ich habe jetzt das Logo gemacht. Und ich möchte das jetzt auch digitalisiert haben. Und wenn kann man das schnell machen. Ist einfach nicht drin. Es braucht immer Zeit. Und ein wenig Wissen. Da haben wir noch einen schönen Hinterlauf. Da haben wir natürlich auch. Für den. Da haben wir noch eine andere Idee. Da haben wir nämlich. Äh. Wo haben wir diese Funktion. Und immer sollte man schnell eine Funktion suchen. Braucht man nicht so viel. Aber man könnte da eigentlich. So eine Art. Eine Welle rein bekommen. Also so ein wenig. Von der. Richtung her. So ein wenig. Bewegung rein kommt. Ähm. Ähm. Nein. Nein. Ich habe es nicht. Im Winkel direkt. Da haben wir auch das schon wieder. Aber. Da haben wir es schon ewig gemacht. Manchmal sucht man gleich plötzlich wieder eine Funktion. Ich denke. Da bin ich eigentlich einfach. Irgendwo. So. Was ist das denn? Ähm. 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 Das sieht nicht so. So. Nein. Winkel dort hinten hat es nicht. Aber haben wir auch das wieder versteckt. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das auch nicht. Die Haltlinie brauchen wir auch nicht. Winkel ist es auch nicht gehalten. Aber bei den Effekt eigentlichen. Da ja. Sternenwelle Effekt. Den haben wir dann. Dann kommen wir. Dann machen wir schon eine Welle. Die können wir jetzt verbiegen. und wenn wir in dieser Welle sind wir können einerseits einfach so mit diesen drei Punkten arbeiten wir können hier aber auch zusätzliche hineinfügen, wenn wir möchten in einer S-Form oder so oder was auch immer dann könnte man hier zwischen die Punkte noch andere setzen, aber für das Projekt erlangt jetzt die vorige Welle Schwarz von der Größe her wenn wir jetzt überlegen, wenn wir den schwarzen stecken, wenn wir wenn wir es jetzt so als Lauf oder wenn wir es als als Rückstieg oder als Flasche machen ich bin jetzt in dem Fall rein von der Endgrösse vom Projekt her müssen wir dann wahrscheinlich einen Lauf machen wir zuerst mal ein Auge da wissen wir sicher braucht einen Satten eine ist drüber die ist klar markieren und dann bei den Objekten die Eigenschaften sicher unbedingt die Unterlage wegnehmen weil wir haben ja schon eine vom Auge selber vom Weiss vom Auge da braucht es absolut nichts anderes mehr das wären zusätzliche Stechen die man nicht braucht wenn wir einfach überflüssig sind auch Wimpern machen im gleichen Bereich der Winkel anpassen Unterlage brauchen wir auch da nicht das kann wirklich nie mehr hin das ist gut fixiert dann und wir schauen wie wir da jetzt weitergehen wenn wir das sind wir mit dem Kantor mit dem Alba wir sind ja schon dort kommen wir dort in dem Ungerade wo ich denke mit dem mit der Fläche satanstich wird es einfach zu wuchtig und zu viel kleine Stich auf zu feinem kleinen Bereich also ich habe gesagt, ja, das reicht völlig es muss nicht dicker sein, wenn man jetzt den Rund würde in 2020 sticken oder irgendetwas ja, dann könnte man das natürlich auch als satanumrandig machen also gehen wir da weiter, da kann man wirklich alles in einem einfachen Laufstich machen erleichtert eigentlich das Digitalisieren enorm, wo man einfach nur zeichnen da haben wir jetzt einen quasi im Original ja vorne nicht geschlossen, aber das kann man ruhig schliessen man kann dort einen Abstand machen, wenn man ums verrecken will, aber ich würde das so lassen einiges rundherum dann gibt es einen Abschluss das sind kleine Spielereien halt, wo dann jeder wieder selber was wissen was wollte genau und wie wie passt es für mich an ja individuell und da je mehr als man schön auf einmal ziehen oder fahren umso weniger End- und Anfang-Punkte hat man natürlich das ist schon so für Nein-Punkte oder dann weiter man ist ja dort in der Nähe immer möglichst kurze Wege da gibt es keinen langen Sprungstich oder wenig langen Sprungstich und immer schauen wo kann ich was möglichst nahe nehmen und wandeln eventuell vielleicht jetzt gleich schnell das Halsband sonst verschwindet ein Konturgrund das ist auch etwas, was viele falsch machen jetzt rechnet eigentlich alles nach und dann haben sie die Kontur darunter drin und beklaget sich, dass man sie nicht sieht klar, wenn man sie natürlich vorher macht also wenn wir da noch den falschen Stich drin hatten wenn wir da noch noch die Offenung hatten jetzt müssen wir es zuerst schliessen auch das funktioniert angewählt lassen nachher diese Kurve schliessen dann haben wir eine Fläche und wenn wir eine Fläche haben können wir wieder wechseln zu Füllstich also da eigentlich wenn wir etwas gemacht haben das ist nie verloren man kommt immer wieder irgendwie zurück das kann es ausbessern abändern das sieht besser aus als mit einem Stich aber wir müssen noch schauen, welcher so so wie es so ein bisschen schöner aussieht wo auch so ein bisschen als Band aussieht alle auswendig ist einfach schwierig darum immer auszuprobieren man sieht ja genau im Feld, wie es aussieht war ich leider noch nicht durch ja das sieht doch schon besser aus oder da mh 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 sieht auch komisch aus mh 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 So, dann haben wir digitalisiert und dann schnell hinteren schieben, so und jetzt haben wir wieder schwarz. Auf der rechten Farbablauf, Farbfilmseite kann man natürlich immer die Farbe hin und her schieben, wie der Eiervogel mal stecken will. Dann sind wir immer flexibel. Dann kommen wir jetzt wieder weiter, wo wir gewesen sind. Dann können wir hier schnauzen und schnauzen. Dann fahren wir das ab. Und hier immer irgendwo einen Weg suchen, wo man möglichst wenig Lust hat. Da können wir jetzt gut rüber und dann runter. Weil hier der Schnauzenbommel oben, den müssen wir uns auch noch machen. Und dann wird dann der Stich, der jetzt dort rüber läuft, wieder abgedeckt. So, vielleicht können wir das nochmal mitnehmen. Dann ist das alles schon erledigt. Farbwechsel werden gleich reichen. Schwarz haben wir hier. So, dann fügt es alles direkt wieder zusammen. Dann haben wir hier die schwarze E3. So. Dann können wir nachher wechseln. Dann haben wir jetzt hier. Gut. Dann machen wir hier weiter. Anden. Und dann haben wir auch so das Band. Da muss man halt auch eigentlich relativ möglichst genau arbeiten. Ist so. Damit das auch dann wirklich sauber deckt. Auch da können wir immer wieder nachschauen. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Wie näher es ist. Dann haben wir da. Und wahrscheinlich auch noch. Dann können wir da schnell den Rest machen. wo von unten her es nachher zu weit weg ist. Dann machen wir es lieber jetzt schon. Dann machen wir da noch einmal um das Öhrchen rum. So. Man kann auch eine Stichoptimierung schlussendlich laufen. Aber meistens dupliziert es dann Sachen. Also da muss man dann auch aufpassen. Also. Und da schnell die Schnäuzli. Und wenn wir jetzt da wieder ein wenig nebendrad zurückfahren. Dann wird das einfach ein wenig dicker. Und ein wenig intensiver. Aber das macht eigentlich ja nichts. Dann haben wir dort eine breitere Kontur. Über die Schnäuzli. Dann haben wir da. Schnauzspitz. Reis. Geht einfacher als das am Rande. Vor allem schneller. Nehmen wir einen schönen Kreis. Oder Oval. Wie man will. Das ist auch gut. Das kann man so sein lassen. Und der Lage schnell kontrollieren. Und sieht doch schon ganz anders aus. Wir haben da verschiedene Winkel. Und verschiedene Konturen. Es sieht einfach mehr nach Stickerei aus. Und mehr nach Hund. Froschbereich auch wieder umranden. Oder anzeichnen. Mit der offenen Linie immer offene Sachen. Die man nicht schliessen. Schliessen. Und mit der geschlossenen Linie. Also geschlossene Objekte. Kann man immer. Zune Sachen machen. Da nutzt es automatisch schliessen. Oder eben wie vorher. Wo man dann halt einfach schnell. Oben in der Bearbeitung schliesst. Geht auch. Aber wenn man natürlich weiss. Es ist offen. Macht man es lieber gerade offen. Da können wir eigentlich quasi ein wenig weiterfahren. Damit wir nicht zu viele einzelne Sachen haben. Die Mödel schauen möglichst kurze Wege. Aber. Lieber mal einen Sprungstich mehr. Statt zu viel. Übereinander hinein zu stecken. Also so. Je nachdem wo man es. Manchmal braucht man es. Dass es noch etwas übereinander kommt. Dass es eine Verdeckung gibt. Und manchmal auch lieber nicht. Mit einer Maschine. Die automatisch Fäder schneidet. Ist das eh kein Problem. Und wer halt den Sprungstich raus schneidet. Das ist ja eigentlich auch. Mit keiner Sache. Das macht man einfach schnell. Irgendwo hat man immer einen Sprungstich drin. Es gibt fast nichts wo man nicht einen Sprungstich drin hat. Wo man nachtreiblich schneiden muss. Ist auch nicht tragisch. Alle Maschinen die keinen automatischen Faderschneider haben. Die müssen sowieso einen Sprungstich schneiden. Und die die automatischen Faderschneider haben. Die haben es halt dann schon geschnitten. Das jedoch auch nur immer bedingt. Weil ein gewisser Abstand muss sein. Dass er automatisch schneidet. Schnell geschaut wo wir sind. Hier wieder runter. Das was wir schon haben. Müssen wir nicht nochmal. Pfötchen. Da kann man zwischen den Zichen rein. Dass man etwas breiterer Konturen bekommt. Ist das natürlich jetzt von Vorteil. Man geht zweimal durch. Aber hier aussen rum. Wo es eigentlich nur eine Abgrenzung sein soll. Um zu zeigen. Hier kommt das andere Teil vom Hund. Er lenkt einen einfachen Lauf. So zwischen den Zichen rein. Wo man sagt. Ja mal. Da haben wir so ein wenig Luft. Da gibt es so ein wenig mehr Läpterie. So schnell schauen. Das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Da noch etwas anpassen. Dass wir keine Lücke haben. Hm. Wenn das irgendwo dann den Stoff füllen. Beim Sticken. Dann schieben wir das noch etwas weg. Wo Konturstich eigentlich so. Jetzt ja nur einen Effekt gibt. Aber sicher nicht eine ausgebige Füllung ist. In dem Sinn. Dann können wir das einfach füllen. Nachher weiter. Füssli vorne. Da. Alles machen. Auch da wieder. Also ich finde es schön. Sicher ein wenig mehr schwarz. Einfach so die Abgrenzungen ein wenig vorne zu halten. Platzen. Und dann wieder da. Ganz einfach. Das reicht die Führung. Fertig. Und dann wird auch jeder. Nein. Wir haben das hier fertig. Und dann. Aber man muss immer ein wenig schauen. Wo kann ich durchfahren. Und wo. Das ist wie das Haus vom Nikolaus. Wie möglichst wenige. Kleine Züge. Oder die verschiedenen Züge. Ein. Bearbeitungsschritt zu machen. Dann gehen wir da noch. So. Gut. Anschauen. Hier haben wir noch gesehen. Darf man das wahrscheinlich noch ein wenig schieben. Da. Ist es ein wenig knapp. Da sehen wir noch ein wenig zu. Da muss es ein wenig drüber. Wenn jetzt da etwas übersteht. Quasi. Macht es eigentlich eher nichts. Also. Vom Verzug her. Geht das eher ja dann nach innen. Und dann passt dann. Die Kontur besser drauf. Oder wenn wir da. Ein bisschen. Innerhalb sind. Das sind. Millimeter. Millimeter. Aber das macht absolut nichts. Das darf sein. Auch unten. Hier bei den Pfädchen. Hier sehen wir immer ein bisschen. Das weiß raus. Schauen. Wenn das mal gestickt ist. Ist von dem. Nicht mehr viel zu sehen. Bis gar nicht. Das darf aber. Weil es ist nachher. Dann kommt zwischen der Kontur. Und wir draussen. Dann haben wir eine Lücke. So. Schieben wir es mal weg. So. Es sieht doch ganz anders aus. Wie die automatischen Sachen. Und mit dem kann ich sehr gut leben. Andere können mit dem automatischen leben. Dann müssen sie mit dem automatischen leben. Aber wer eigentlich. Gern möchte. Stecken. Der macht es eigentlich schon vernünftig. Oder lehrt es sich vernünftig. Also. Dann haben wir wirklich etwas Schönes. Und wir können Freude haben. Und auch auf lange Sicht. Nachher dann immer wieder. Verfügbar ist. Und am Schluss. Natürlich. Nie vergessen. Speichern. Jetzt ist es ganz weg. Dann haben wir die Speichern. Wo man es auch wieder findet. Bei ganz grossen Projekten. Eventuell. Zwischenspeichern. Macht es auch. Das Programm. Ein bisschen. Stück weit automatisch. Aber. Zwischenspeichern. Bei grossen Projekten. Bei langen Sachen. Damit nichts verloren geht.